Prosid Neujahr! Prosid Neujahr! Prosid Neujahr! Dreimal, also geboostert. Und, ich darf nun ankündigen, Fensterkonzertteil 96. Also viermal noch, viermal noch, dann ist es soweit. Und weil ja die Konzerte und die Bälle abgesackt, schauen wir in den Archivkalender. Anno 2010, eine konzertante Aufführung von Die Fledermaus. Brüder, Brüder, meine Uhr geht schlecht, schau wie viel es auf deiner ist. Brüder, meine Welt auch nicht recht, weil sie schon gegangen ist. Holger ihr vor allen, dass die Maske endlich fallen, dass sich sie wenig besiegt und wer meine Uhr gekriegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Meine Wut, meine Wut, sie ist die höchste Zeit. Meine Wut, meine Wut, sie ist die höchste Zeit. Der Rest handelt ein, wie viel zu Hause sein. Meine Wut, meine Wut, gib mir meinen Wut. Meine Wut, sie strecken, gehst du mit mir. Bei der nächsten Ecke, dann scheinen wir, so lass uns gehen, auf wiedersehen. Haben wir ein Fest, wenn die Nacht voll Freude, Liebe und Freude mit uns Sehnlichkeit, jetzt ist das Leben so laut, wie weit. Die Geln-Wut, in der leer, im Wut, cupbe, haben wir viele Stunden rausgeweiht, dann bleiben wieder Stunden geloht. kam, bei der dichtărule. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020